Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute bin ich wieder für euch in Battlefersers unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wo ein Rare ist und zwar der Werte Schneesturz. Und ihr seht ihn hier schon über mir rumfliegen. Wir sind nämlich hier einmal in Drustwar und zwar hier ganz ganz unten ist er. Und den braucht ihr für das Achievement Abenteurer von Drustwar. Und ich versuche den jetzt mal hier runter zu schießen. Und da haben wir ihn zwar und ich zeige euch vielleicht nochmal, wie ihr hier am besten herkommt. Und zwar, wie ihr schon seht, wir sind hier ganz hinten und ihr könnt einmal hier über den Berg rüber laufen. Oder ihr lauft einfach hier nach oben oder ihr macht es so wie ich. Ich habe hier auf dem Berg oben den Goblin Glider genommen, bin hier quasi einmal ganz nach unten gesegelt. Und ja, habt den Rare Mob hier gefunden. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der ihn auch gesucht hat. Das war es schon wieder mit dem kleinen kurzen Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.